Ihr seid im Supermarkt und kauft diverse Lebensmittel. Der Verkäufer sagt euch, dass ihr gerade dabei seid, eine Obligation einzugehen. Was Obligation genau bedeutet und auf welche verschiedenen Arten eine Obligation entstehen kann, schauen wir uns in diesem Video an. Los geht's! Das Wort Obligation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet zu Deutsch Verpflichtung. Das Obligationenrecht regelt das Schuldverhältnis zwischen zwei oder mehreren Personen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie eine solche Obligation zustande kommt. Erstens durch Vertrag, zweitens durch unerlaubte Handlung und drittens durch ungerechtfertigte Bereicherung. Beim Vertrag entsteht eine Obligation durch gegenseitige Willensäußerung. Hingegen bei unerlaubter Handlung und ungerechtfertigter Bereicherung entsteht eine Obligation aufgrund des Gesetzes. Schauen wir uns jetzt zu jedem dieser Gründe ein passendes Beispiel an. Beginnen wir mit dem Vertrag. Wir nehmen an dieser Stelle einen ganz gewöhnlichen Kaufvertrag, wie dieser täglich im Supermarkt zustande kommt. Wie läuft das Ganze nun ab? Der Verkäufer schuldet der Käuferin die von ihr geforderte Ware. Die Käuferin hingegen schuldet dem Verkäufer das von ihm geforderte Geld. Wer jemandem etwas schuldet, der wird als Schuldner bezeichnet. Wer etwas fordert, der wird als Gläubiger bezeichnet. Wie ihr hier aber sehen könnt, sind beide sowohl Schuldner als auch Gläubiger. Bei Obligationen aus Vertrag ist das grundsätzlich immer der Fall. Machen wir weiter mit der unerlaubten Handlung. Nehmen wir an, Max bockt sich das brandneue Handy von Lea. Leider lässt er es fallen und das Display geht kaputt. Das ist natürlich eine unerlaubte Handlung von Max, auch wenn es nicht Absicht war. Lea fordert von Max, dass er ihr die Reparatur bezahlt. Sie fordert etwas und ist somit der Gläubiger. Max schuldet Lea somit ein unversehrtes Handy und muss für die Reparatur aufkommen. Max ist also der Schuldner. Schauen wir uns als letztes noch ein Beispiel zur ungerechtfertigten Bereicherung an. Nehmen wir an, die Käuferin bezahlt ihre Einkäufe bar. Der Verkäufer gibt ihr jedoch zu viel Wechselgeld. Sie merkt das zwar, sagt aber nichts, wodurch sie sich ungerechtfertigt bereichert. Wenn der Verkäufer das noch rechtzeitig merkt, fordert er dieses Wechselgeld zurück und die Käuferin schuldet ihm dieses. Zum Schluss nochmal die Übersicht zur Entstehung einer Obligation. Wenn ihr etwas lernen konntet, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine lehrreichen Videos mehr zu verpassen. Ansonsten viel Spaß bei den weiteren Videos.